Nächste Woche steht ganz, ganz viel an. Ich bin am Samstag auf einer Hochzeit in Dresden. Ansonsten geht es morgen direkt erstmal an die Ostsee. Zumindest in acht Stunden fahren wir los. Naja, einmal hin. Und dann geht es nächste Woche noch auf einen Spezialtermin. Mal gucken, vielleicht nehme ich euch mit. Freitag und es geht nach Bannewitz zum Marienschacht zum Aufbauen für die Hochzeit morgen am Samstag. Und das Schöne ist, ich habe Hilfe. Hallo. So, das Essen ist durch, mitten in der Hochzeit. Alle sammeln sich so ein bisschen. Jetzt wird gleich der Brautstrauß geworfen. Und dann geht es mit dem Hochzeitstanz los. Also läuft schon mal ein bisschen der Häuser, damit wir ein schönes Farbenspiel haben. Und dann geht es in den Abend. Jetzt kurz vor 20.30 Uhr. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal. So, das müssen wir auf geht's. Bis zum nächsten Mal. So, das ist auch nicht. Und dann geht es mit der Arbeit. 不분 nach der egal phrase im 사용。 Und dann geht es mit dem Gehen. Und damit ist ein weiterer Abend geschafft. Es ist jetzt schon wieder kurz nach halb vier, um zwei war die Veranstaltung vorbei, also noch mal gut 90 Minuten Abbau, das gehört eben immer irgendwie dazu. Nächste Woche geht es nach Berlin am Freitag, erstmals zum Tempelhofer Hafen. Schaut nochmal, wie das wird, ihr seid auf jeden Fall dabei. Und wenn es Themen gibt, die euch interessiert, ich habe so beim Abbau dran gedacht, vielleicht Thema Cases oder sowas. Also wo packt man am günstigsten, beziehungsweise wie mache ich sein ganzes Equipment rein, damit es möglichst lange schick bleibt, dann sagt einfach Bescheid. Euch eine tolle Woche und bis nächste Woche.